Musik Ochsenhausen zu Gast in Grün-Wettersbach. Das erste Einzel zwischen Joao Geraldo und Liam Pitchford. Ja, ein bisschen unspektakulärer, als uns vielleicht sonst von den beiden gewohnt ist. In diesem Fall im dritten Satz gleich sechs Matchbälle für Pitchford und das reicht dann auch schon für die 1-0-Führung. So sehen es, Joao Geraldo so ein bisschen entmutigt der Körpersprache nach. Aber es sollte spektakulärer werden in diesem Spiel hier. Alvaro Robles gegen Hugo Calderano und die brachiale Vorhand. Da ist natürlich der Jubel groß. Wir gucken nochmal die Überholung. Hier, vorn auf Spin und dann gleich Patsch einmal quer drüber über den Tisch. Sehr, sehr gut gespielt von Alvaro Robles. Aber Hugo Calderano, der hat eben eine Bombenrückhand und die setzt er dann beim Matchball im vierten Durchgang ein. Da kommt die Rakete und da kommt dann Alvaro Robles nicht mehr ran. 2-0-Führung schon für Ochsenhausen vor der Pause. Danach freuten sich die Zuschauer auf das Duell zwischen Samuel Walker und Jakob Diaz. Auch hier schöne Ballwechsel zwischen diesen beiden. Aber auch hier war es eine recht deutliche Angelegenheit. Links unten kann man es erkennen. 2-0-Führung, 10-7 für Jakob Diaz. Und damit schon die Entscheidung im dritten Einzel. 3-0 gewinnt Ochsenhausen beim ASV Grün-Wetterspark.